Du hast es geschafft. Du wurdest befördert, hast das große Projekt abgeschlossen, einen Bonus erhalten. Du hast endlich dein Zielgewicht erreicht. Du kannst dich nun in der Fremdsprache unterhalten, für die du schon eine Weile gelernt hast. Egal was es auch sein mag, nun möchtest du diesen Erfolg mit anderen teilen, denn du kannst selbstverständlich stolz auf deine Leistung und harte Arbeit sein. Natürlich freuen die anderen sich für dich auch, oder? Nein. Sie mögen sich äußerlich vielleicht für dich freuen, aber innerlich brodelt ihr Neid. Menschen sind von Grund auf Neider. Niemand gönnt dir deinen Erfolg, dein Aussehen, dein Wohlstand, dein Wissen. Daher verbirg deinen Erfolg und genieße ihn im Geheimen. Wenn du gefragt wirst, wie es dir geht, ja, es ist nicht leicht, aber man kommt so über die Runden. Sie wollen, dass es dir gut geht, nur eben nicht besser als ihn. Daher stell dich dumm, arm und unwissend.